... 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin auf der Karte 10 gelandet. Sie sehen, es ist dann alles passiert. Das war jetzt schon die gesetzte Fälle. Wir legen hier, wenn Sie hier legen müssen. Und überlegen Sie jetzt für das Feld, was der nächste Spieler, der da draufkommt. Da machen Sie. Ja, was will ich? Ich sage mal, was Sie hier legen. Natürlich, es geht ja für Sie. Sie sind ja hier völlig entscheidend einfach, was auf dem Punkt passiert. Und da ist ja auch immer, wenn Sie hier machen, wenn Sie hier kommen. Oder der andere sagt, Sie sollen nicht nur auf der Straße gehen. Die rufen nicht an. Ja, das ist ja eben. Ich habe es überlaufen, aber das müssen wir ja schon wissen. 10. Nehmen Sie die Karte 10. Das Thema ist mein Födering. Ich schreibe die Karte jeder in. Dann kann es wissen. Ja, ja. Ihr Name? Ja. 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 Der ist ja eigentlich. Der ist ja eigentlich. Der ist ja eigentlich. Echt? 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 Ja. 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 Ja.